Herzlich willkommen zur ultimativen 1000 PS Rollerberatung, die wir für dich anhand vieler Kriterien aufarbeiten werden. Zum Beispiel der Windschutz, die Radgröße, die Sitzhöhe, das Kofferraumvolumen und viele andere auch noch. Und deshalb sind da liebevoll und ich hier ins Honda Center Frankfurt geflogen, um euch die ganzen Kriterien an aktuellen Honda Rollern zu zeigen. Weil Honda nun mal der größte Motorradhersteller ist und daher auch ein riesiges Rollersortiment hat. Also bitte dranbleiben, es wird spannend und höchst informativ. So und wie ihr ja jetzt schon anhand der drei Honda Modelle, die hier bei uns stehen seht, können Roller höchst unterschiedlich ausschauen und haben höchst unterschiedliche Funktionen. Daher ist es wichtig, dass du dann einmal abcheckst, welche Führerscheinklasse du hast und welchen Roller du damit fahren darfst. Und das übergebe ich an den Haui. Jawohl, Dankeschön. Also wir machen es einmal für den deutschsprachigen Bereich Deutschland, Österreich und Schweiz. Das Schöne ist, man kann Deutschland und Österreich ziemlich gut zusammenfassen, weil da richtet man sich nach den EU-Vorgaben. Sprich, es geht los mit dem A1-Führerschein. Damit darf man 125er fahren, also 125 Kubik Motorräder und Roller, ist begrenzt auf 15 PS. Weiter geht es mit dem A2-Führerschein. Den darf man ab 18 Jahren machen, ist begrenzt auf 48 PS bzw. 35 Kilowatt. Und als Königsklasse, das ist das Größte, was man haben kann, ist der A-Führerschein. Damit darf man alles fahren, von einer Honda Monkey bis zur Honda Fireblade. Den kann man beginnen ab 20 Jahren, wenn man davor zwei Jahre lang den A2-Führerschein hatte oder einen Direkteinstieg, ist auch mit 24 Jahren möglich. Einen Unterschied gibt es aber in Deutschland und Österreich und das ist das Fahren mit dem B-Führerschein bzw. mit dem Autoführerschein. In Österreich heißt das Ganze B111. Damit kann man dann eben 125er fahren, ob es ein Roller ist oder ein Motorrad. Dazu muss man den B-Führerschein fünf Jahre lang haben und man muss dann noch ein paar Stunden Kurs besuchen bei einem Automobil-Cup. Das Ganze in Deutschland heißt B196. Dafür muss man 25 Jahre alt sein, den B-Führerschein fünf Jahre lang haben und dann auch noch ein paar Stunden Kurs besuchen. In der Schweiz ist es ähnlich, aber doch ein bisschen wieder anders. Die haben sich das mit 2021 anders geregelt. Gehen wir es wieder von unten durch. Es geht los mit dem A1-Führerschein, 16 Jahre, 125 Kubik, 15 PS. Weiter geht es mit A-beschränkt, also der A2-Führerschein, wie er in Deutschland heißt. Damit darf man ab maximal 48 PS fahren bzw. 35 kW. Ist möglich ab 18 Jahren. Und der große Unterschied jetzt für die Schweiz ist, dass man ab 2021 nicht mehr direkt einstellen kann in den A-Führerschein. Sprich, man könnte ihn frühestens mit 20 Jahren haben, mit zwei Jahren davor A2. Oder selbst wenn du lieber vor allem ein Schweizer wärst und jetzt den A-Führerschein machen wollen würdest, müsstest du davor zwei Jahre lang den A2-Führerschein haben. Lieber Howie, ich muss dich jetzt, bevor ich eben in das Motorenkapitel eintauche, dich austauschen gegen den Oliver Danisch, ein Honda Deutschland-Mitarbeiter und lieber Oliver. Uh, der ist schnell. Hallo Oli. Hi. Der Oliver kann uns jetzt bitte diese eine Frage beantworten, die jetzt nicht einmal nur für Honda zutrifft, sondern für jeden Hersteller. Was ist das Interessante am Roller bzw. am Rollerfahren? Warum kaufen sich die Leute einen Roller? Also ich glaube, im letzten Jahr haben wir eigentlich zwei große Aspekte gehabt. Das war einmal ganz klar B196-Führerschein, ihr habt es schon gesagt. Aber auch dieser Coronavirus, selber unterwegs zu sein, nicht mehr mit der Bahn fahren zu müssen vielleicht. Diese ganzen Punkte, die fließen natürlich mit rein. Aber in der Vergangenheit haben wir schon viele andere Punkte gesehen. Zum Beispiel das veränderte Wetter, also eine richtige Off-Season wie früher, die gibt es eigentlich nicht mehr. Aber auch die Geschichten mit ganz viel Verkehr draußen, keine Parkplätze mehr in den Städten, weniger Spritverbrauch. Also unterm Strich auch durchaus günstiger. Manchmal wird ja auch ein neues Modell gebraucht, ein neues Automodell wegen den Eurozonen. Das ist natürlich auch ein Impact, wo sich dann der ein oder andere doch mal überlegt, vielleicht auf den Roller umzusteigen. Also es gibt da ganz viele Ansätze bei den Kunden, warum sie jetzt individuell auf diesen Roller gehen wollen. Und ich glaube, dass es am schönsten eigentlich ist, wenn man sich darüber Gedanken macht, am Abend oder am Morgen, statt im Stau zu stehen, einfach mal über die Landstraße zu fahren, um ein bisschen Spaß zu haben. So hat man Nutzen und Spaß vereint. Und das, denke ich, kriegen wir mit der 57er-Klasse auch ganz gut hin. Olli, danke dir. Ich tausche dich wieder, wenn ich darf, gegen den Heu aus. Weil jetzt, ja, Pendler, das ist ein großes Thema. Aber darauf kommen wir dann in unseren einzelnen Kapiteln gerne zu sprechen. Jetzt einmal zum Motoren-Kapitel. Und ich habe schon gesagt, Kubik-Leistung ist bei Rollern tatsächlich, je mehr Kubik, desto mehr Leistung. Das kann man so sagen. Und wir haben uns auch hier einfach drei Roller hergestellt. Wir haben hier einen PCX 125, das heißt, das ist diese A1-Klasse. Wir haben hier einen SH 350. Da merkt ihr schon, das hat schon um einiges mehr Kubik. Und da halt das fette Drum, den Forza 750. Also 750 Kubik, das ist schon ein richtig dicker Motor. So, beginnen wir mit den 125ern. Was bringt es, was kann es, wofür ist ein Roller mit 125 Kubik geeignet? Du hast schon gesagt, 15 PS. Und da haben wir jetzt eben 12,5 PS beim PCX 125, das heißt maximal 15, das heißt, du bist mit 12,5 PS schon relativ knapp an dem Limit dran. Der wiegt nicht so viel, 130 Kilo. Es gibt dann aber auch noch andere von Honda Haue. Genau, weil was ich noch sagen wollte, ist, bevor man sich einen Roller kauft, muss man halt wirklich wissen, was will ich mit dem Roller machen. Fahre ich damit auf die Autobahn, fahre ich damit nur in der Stadt? Und auch selbst, wenn man einen Forza 750 beispielsweise fahren dürfte, ist es ja vielleicht nicht immer sinnvoll. Und eben diese kleine Klasse mit den 125ern, das ist eben genau das Richtige für die Stadt. Damit kannst du vielleicht auch kurz über Land fahren. Du kannst auch zu zweit fahren. Das wird dann vielleicht auf langen Strecken ein bisschen anstrecken. Aber du kannst Stadtautobahnen fahren und du bist wirklich gut beraten. Bei den 125ern, der PCX ist eben ein gutes Beispiel für so einen kleinen, auch relativ günstigen Roller, der halt in der Stadt perfekt funktioniert. Über Land ist das dann schon anstrengend. Ich wollte nur sagen, es gibt zum Beispiel auch von Honda den Forza 125. Das ist ein richtig luxuriöser Roller. Der wiegt dann auch mehr, der hat knapp 160 Kilo, also doch 30 mehr. Aber da muss man halt auch wissen, was man will. Man hat dann einen schwereren, luxuriöseren Roller, der aber dann halt auch fürs Pendeln von ein bisschen weiter weg auch was bringt. Ich würde euch empfehlen oder ich würde dir empfehlen, dann vielleicht 10 Kilometer bis zur Startgrenze und dann durch die Stadt ist so ein Roller dann richtig Leihwand. Und die Kleinen sind in der Stadt halt wirklich großartig. Da kommt so ein Großer dann natürlich nicht so flott durch den Verkehr. Ja genau, aber bevor wir zu einem ganz Großen kommen, kommen wir zu dieser Mittelklasse mal. Diese goldene Mitte, wie man es nennen kann, 350 Kubik Fahrer mit dem A2-Führerschein. Wir haben hier knapp 30 PS und das ist dann schon die Klasse, wo du sagst, damit kann ich mich auf die Autobahn trauen. Damit kann ich auch LKWs überholen, aber ich kann auch längere Strecken zu zweit fahren, weil du hast die Leistungsreserven. Du hast beim Ampelstaat sowieso immer die Nase vorne mit der Automatik. Also diese Klasse ist dann schon wieder ein bisschen erwachsener, ein bisschen vielseitiger als die 125er Klasse. Aber man muss halt auch dazu sagen, im Großteil ist sie nicht wirklich schwerer als die 125er Klasse, beziehungsweise nur so geringfügig, dass du das vielleicht in der Stadt gar nicht merkst. Also das sind wirklich meiner Meinung nach diese Allrounder für den Alltag. Ich glaube eben auch, dass es für viele klarerweise dann mit den Führerscheinklassen auch einhergeht, dass man sich dann so einen Roller nimmt, weil 30 PS und es stimmt so, um den Dreh haben die alle 25 bis 35 PS. Der hat tatsächlich 29. Bei anderen Herstellern gibt es auch viele, viele Roller in dieser Klasse. Und da muss man sagen, das ist halt wirklich die, wo ich empfehlen würde, vielleicht, wenn du 30 Kilometer reinpendeln musst zur Stadt, sagen wir mal ab, vielleicht sogar 50 Kilometer, ist das auch gut machbar. Dann hast du so eine Mittelklasse-Roller, weil seine Höchstgeschwindigkeit, die hat er dann halt bei knapp 130, würde ich sagen. Solche Roller gehen ungefähr 130 kmh. Das muss man wissen und damit muss man leben können. Und damit, lieber Hau, ich übergebe an die Oberklasse. Genau, die Oberklasse haben wir als Vertreter hier den Honda Forza 750. Honda hat ja auch den X-EdV oder die NC-750, der auch ein bisschen in die Riege reinpasst. Aber das ist dann wirklich schon die Klasse über 50 PS, 59 in diesem Fall. Und damit kannst du noch wirklich auf Touren gehen. Und du hast schon fast auch von den Komponenten einen Motorradersatz, dass du sagen kannst, ja, mit so einem Roller, mit der Leistung, da kann ich auf Tour gehen, da kann ich meinen Freunden schreiben, hey, mach mal eine Motorradtour, weil damit verhungerst du einfach nicht. Nicht auf der Autobahn, auch nicht auf der Landstraße, da kannst du wirklich schön mitfahren und du hast halt auch für die große Reise echte Reserven in der Leistung. Also wenn man wirklich Leistung will und braucht und sozusagen vielleicht gar kein Motorrad in der Garage hat oder nur sowas haben will, dann ist sowas genau ideal mit der Leistung. Da ist im Übrigen dieser Forza 750 sogar ein bisschen ein Ausreißer nach oben mit 59 PS. Da haben wir so um die 50 PS, gibt es in dieser Oberklasse Liga der Roller. Und tatsächlich, wie du schon gesagt hast, das ist dann ein Motorradersatz. Für viele Leute, die es gemütlich wollen, damit hast du halt tatsächlich keine Einschränkung mehr. Du kannst natürlich auch pendeln, da darf auch die Autobahnetappe noch länger sein. Du kannst mit sowas aber auch auf Reisen gehen. Und ein ganz wichtiger Aspekt beim Roller ist aber nun mal auch das Stauvolumen, das du da unter der Sitzbank haben kannst. Also ich kenne eigentlich keinen Roller, der nicht ein Staufach unter der Sitzbank hat. Kann größer sein, kann kleiner sein. Wir haben hier von Honda den Forza 350. Der ist ein richtig gutes Beispiel für einen Riesenkofferraum. Also das ist unfassbar, was du da alles hineinbekommst. Wir haben das ausprobiert. Auf alle Fälle zwei Integralhelme, Jet-Helme, kriegst du eigentlich drei rein. Das ist echt leer und du kriegst wahrscheinlich sogar einen Squash-Schläger oder einen Tennisschläger auch noch da rein. Und das ist das, was halt leihende Roller ausmacht, wenn es darum geht, viel Kofferraumvolumen zu haben. Meistens haben Roller dann auch noch irgendwelche Handschuhfächer hier. Da kann man da seine Hand einfach verlieren, beziehungsweise Getränkeflaschen. Darum geht es, Getränkeflasche reingeben. Also das hat man normalerweise nur bei Motorrädern auf irgendwelchen fetten Touren, Motorradeln. Und bei einem Roller hast du das schon in der Mittelklasse. Und in Wahrheit gehen wir rüber zum SH350i und das ist eigentlich genauso wie beim SH125. Der hat hier auch ein kleines Fach. Das ist aber wirklich relativ klein in der Verkleidung vorne und hat dann unter der Sitzbank ein Helmfach, das jetzt nicht so groß ist. Warum ist das so? Eigentlich bedingt durch die Radgröße. Auf die kommen wir dann ein bisschen später noch. Aber der SH ist so ein typischer Vertreter eines Rollers. Der hat jetzt darunter Platz für einen Helm. Und bei Honda, sehr löblich, bekommt man dieses Topcase dann dazu. Das ist auch eigentlich bei Rollern sehr oft gebräuchlich, dass man sich ein Topcase hinten drauf gibt, weil von der Optik her schadet es jetzt nicht so viel. Das ist jetzt nicht so ein super ästhetisches Gerät. Das heißt, ein Topcase schadet überhaupt nicht. Schadet auch nicht der Breite des Rollers. Und für die Königsklasse übergebe ich wieder an den H. Der ist immer für der Königsklasse. Ja, kennst mich eh. Bei der Königsklasse ist es beim Fall von Honda eben so, dass wir schon fast einen Motorradersatz haben. Und deshalb ist auch bauartbedingt der Stauraum ein wenig kleiner als bei anderen Marken zum Beispiel. Da gibt es auch größere Rollen mit mehr Stauraum. Aber man hat eben den sportlichen Anspruch. Also ich kann euch sagen, da passt ein Vollvisierhelm ganz einfach rein. Und wenn man möchte bei Honda kann man sich dann eben auch nochmal eine Smartbox dazu bestellen. Und im Fall von Forza 57 gibt es sogar Seitentaschen, damit man da genügend Stauraum für die Reise hat. Wenn man möchte und auch noch Kleanzug hat, hat man hier vorne auch noch ein kleines Handschuhfach. Aber wir sehen eh die voluminöse Verkleidung. Da hat sowas schon einmal Platz. Jetzt weißt du auf jeden Fall, was du vielleicht an Stauraum haben möchtest bei deinem Roller. Aber bei solchen Rollern geht es ja auch um Komfort, es geht um gemütliches Aufsteigen. Und deshalb machen wir jetzt mit dem nächsten Kapitel weiter. Durchstieg und Sitzhöhe. Jetzt wirst du dir vielleicht denken, naja, hoher Durchstieg, niedriger Durchstieg ist ja vielleicht im Alltag nicht so der Unterschied. Macht nicht so viel aus. Aber da gibt es schon ordentliche Unterschiede. Es gibt dieses eine Konzept, wie es auch der Forza 350 hier verfolgt. Das ist eher dieses sportliche Konzept. Der Rahmen ist höher. Dafür muss man aber auch mit dem Bein wirklich hoch drüber steigen, damit man in die Fahrposition kommt. Und hat einerseits den Vorteil, dass durch diesen Rahmen das ganze Fahrzeug ein bisschen stabiler liegt. Bei hohen Geschwindigkeiten auch wenn wenig stabiler ist. Aber du hast den Nachteil, dass du drüber steigen musst. Im Beispiel vom Honda SH, da sind wir schon, der Durchstieg ist wirklich niedrig, wie meine reizende Assistentin mir jetzt demonstriert. Und das hat eben nicht nur den Vorteil, dass du, wenn du nicht so gelenkig bist, du nicht so weit hoch steigen musst. Nein, du kannst dir auch noch Sachen zwischen deinen Beinen abstellen, wie eine Einkaufstüte oder weiteres Zeug. Das Konzept ist also vielleicht für den kompakten Stadtalltag ein bisschen praktischer. Aber bei diesem Rahmenkonzept muss man doch sagen, es ist im Vergleich zum Forza und zu diesem hohen Rahmenkonzept nicht ganz so stabil. Auch bei höheren Geschwindigkeiten spürt man das ein wenig. Aber es ist eben für den Stadtalltag und für das schnelle Auf- und Absteigen perfekt. Apropos schnelles Auf- und Absteigen, lieber Fawli, es gibt noch ein zweites Thema in diesem Kapitel, die Sitzhöhe. Die Sitzhöhe ist natürlich auch ganz, ganz wichtig für dich, wenn du jetzt nicht so ein gestandener Mann bist wie der Howie oder ich. Obwohl wir jetzt auch gar nicht so groß sind. Aber wie auch immer, es wäre ja möglich, dass jemand sehr kleiner einen Roller fahren möchte. Was ist das Kriterium? Die Sitzhöhe. Es ist aber eben nicht nur die Sitzhöhe, sondern dieses Schrittbogenmaß. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast. Es geht darum, dass man von Boden auf der rechten Seite, es ist wurscht, wo man beginnt, von Boden auf der rechten Seite fange ich an, gehe rauf, über den Sattel drüber und da wieder runter. Und diese Entfernung ist das Schrittbogenmaß. Das heißt eben bei mir in den Schritt und wieder runter. Das heißt wiederum, wenn der Sattel sehr breit ist, muss ich auch drauf sitzen mit der Lucky Luke oder irgendein ganz cooler Typ. Und dann habe ich halt weniger die Möglichkeit, den Boden zu erreichen. Und in dem Fall ist der Sattel relativ schmal und ich komme, ich meine, der Roller ist aufgepackt. Und am Hauptständer, das ist auch so ein Kriterium, man kann einen Roller meistens auch auf einen Hauptständer stellen. Die meisten Hersteller machen das. Manche haben dann auch noch einen Seitenständer und ich komme mit den Füßen trotzdem runter. Dieser Roller hier hat der SH 125 und das ist im Übrigen nicht anders als beim 350er. Die sind sich von diesem Konzept her einfach ganz ähnlich. 800 Millimeter Sitzhöhe. Das heißt, ein Mann mit relativ kurzen Haxen, so wie ich, 1,85 Meter groß oder der Hau mit 1,75 Meter, vielleicht ein bisschen längere Beine, hat mit 800 Millimetern Sitzhöhe richtig keine Probleme. Beim Forza 350 sind es 780 Millimeter. Roller sind klarerweise, weil ja auch jeder Mensch oder kleine Menschen, große Menschen, ältere Menschen, jüngere Menschen damit fahren können sollen, sind einfach darauf ausgelegt, dass die Sitzhöhe natürlich passt. Und bei Honda muss man sagen, die überlegen sich natürlich auch was mit der Sattelbreite. Und das funktioniert mit diesem Schrittbogenmaß ausgezeichnet. Wir haben auch noch andere Roller von Honda mit 790, der Forza 750. Andere Hersteller machen vielleicht breitere Sitzbänke, dafür eine niedrigere Sitzhöhe. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, das schon in Richtung Fahrdynamik, Fahrtechnik geht. Wir haben nämlich sehr gut gewählt auch einen Roller mit kleinem Rad vorne, einen Roller mit großem Rad vorne. Wie wirkt sich das aus auf die Fahrdynamik? Und dazu können wir euch jetzt auch gleich ein paar Tipps geben, wie ihr euren Roller richtig fahren sollt. Falls du dir jetzt das erste Mal einen Roller kaufst oder vielleicht schon seit Jahren nicht mehr gefahren bist, stellst du dir vielleicht auch die Frage, naja, kann ich das überhaupt? Ist das was für mich? Ist das gefährlich? Wir müssen da ein paar Tipps geben, denn das Rollerfahren, das ist wirklich eine Erweiterung für den Alltag. Aber es gibt auch Sachen, die man beachten muss. Also zuerst einmal würden wir dir raten, wenn du schon lange nicht mehr gefahren bist, einen Kurs zu machen oder so ein Fahrtechnik-Training. Genau, ein Fahrtechnik-Training. Kann nie schaden. Das gibt es bei verschiedenen Stellen. Da wirst du nochmal üben, vor allem Vollbremsung üben, das ist ja auch so ein bisschen was, was man sich vielleicht nicht traut. Aber da wird dir die Angst genommen vorm Fahren. Da kannst du nochmal ein bisschen Kurventechnik üben. Und Kurventechnik ist auch ein Stichwort, das wir ansprechen wollen. Denn was man vielleicht vom Autofahren nicht so kennt, ist die Blicktechnik. Mit Motorrad- und Rollerfahren ist die Blicktechnik das A und O. Dort, wo wir hinschauen, fahren wir hin. Also auch wenn es vielleicht Überwindung braucht, den Blick von der Straße nach vorne zu richten, ist das ganz wichtig. Weil sobald du in den Kopf irgendwo anders hindriss oder abgelenkt bist, fährt der Roller nicht mehr deine Linie. Also ganz wichtig, Blicktechnik beherrschen, Blicktechnik aktiv üben, weil nur so bist du sicher unterwegs und fährst die Kurve auch dorthin, wo du hinfahren willst. Was auch noch sehr wichtig ist, sind Linkskurven. Das unterschätzt man vielleicht, denn wenn man noch nicht so geübt ist, hat man vielleicht die Tendenz eher in der Mitte, beim Mittelstrich zu fahren. Und vor allem in Linkskurven kann das dann gefährlich für dich sein. Weil sagen wir, es kommt dir ein LKW entgegen, es kommt dir ein Bus entgegen, die ragen immer ein bisschen in deine Richtung. Und wenn du da in der Mitte fährst, ragt dein Oberkörper vielleicht in die linke Spur und das kann gefährlich werden. Und vor allem ist es vielleicht für einen ungehübten Fahrer dann nicht ganz einfach, dann noch einmal aufrichten, korrigieren. Es ist eine Sache, mit der du dir selber eigentlich das Leben schwer machst, wenn du es nicht von vornherein richtig lernst. Und ich wollte noch sagen bezüglich Fahrtechnikkurs, da sagt dir dann jemand, ob du es richtig oder falsch machst. Du selber kannst das natürlich alles gerne üben und das ist auch eine schlaue Sache, vor allem eben die Vollbremsung. Einmal mit dem Gerät vertraut machen. Und das ist jetzt eigentlich wurscht, was der Roller wiegt, weil wir haben hier schon arge Gewichtsunterschiede zwischen Forza und SH und dem PCX. Aber es geht einfach darum, dass jedes zweirädrige, motorbetriebene Fahrzeug einfach ähnlich reagiert. Es sind da die Kräfte, die wirken und die muss man einfach unter Kontrolle haben. Und Übung macht den Meister. So wäre das mein Ansatz. Genau, und noch eine letzte Frage, die ich gerne klären würde, ist die Frage, naja, ich bin ja eh nur in der Stadt unterwegs, ich fahre sozusagen nur einen 125er-Roller, muss ich da volle Schutzkleidung anziehen. Und natürlich haben wir das Verständnis dafür, dass man bei Temperaturen, wie wir es heute auch haben, über 30 Grad, sagt, naja, nehme ich die Flipflops, die kurzen Shorts und T-Shirts. Helmpflicht ist das einzige, das gilt im deutschsprachigen Bereich. Aber man muss halt schon sagen, es gibt Bekleidungshersteller, die stellen Motorradgewand zur Verfügung. Das schaut aus wie normale Jeans. Das ist zum Beispiel eine Motorradjeans. Der Fowli hat Motorrad-Sneaker an. Sieht man auch nicht, dass das wirklich ein Motorradgewand ist. Aber es gibt ihr Komfort und gleichzeitig auch einen Schutz. Weil es kann, es muss nicht passieren, dass du es wirklich brauchst. Aber wenn du es einmal brauchst, na dann bist du froh darüber. Und ich denke mir, wenn es Alternativen gibt, die schön ausschauen, sich leicht tragen und du dich auch leicht bei der Arbeit dann wieder ablegen kannst, na dann, wieso nicht nutzen? Musst du nicht mit einem Ledereinteiler fahren, das ist ja sowieso vielleicht übertrieben in der Stadt. Am Roller leicht übertrieben. Was ich aber auch noch bemerken möchte ist, Helm ist Pflicht, Gott sei Dank, finde ich auch super. Ich würde nie ohne Helm fahren, ich fühle mich dann auch nackert. Aber Handschuhe, man sieht dann oft Leute, die ohne Handschuhe fahren. Das ist für mich das Allerjährigste, weil selbst wenn ich mir nur ein Motorradblouseau anziehe, das halt schön luftig ist, klarerweise ist das nicht so sicher wie ein Ledergewandel. Aber hilft schon, wenn man in der Stadt fährt, fährt man ja auch nicht so schnell. Kann schon helfen mit den Protektoren, aber ohne Handschuhe würde ich nie fahren. Das ist das Allerdümmste, Entschuldigung, dass ich das sage, aber fahrt jedenfalls nie ohne Handschuhe. Und wenn ihr noch mehr zur Motorradtechnik wissen wollt, dann haben wir eine eigene Serie auf unserem YouTube-Channel Motorradfahren lernen. Mehrere Folgen, sehr detailliert mit echten Experten, das können wir euch gleich noch ans Herz legen. So, Rik im Honda Center, jetzt geht es endlich zur Radgröße. Und wie ihr schon hier seht beim Honda PCX, der ist ein Vertreter der kleineren Radgrößen. Wir haben hier vorne 14 Zoll und hinten 13 Zoll, also einerseits zwei verschiedene Radgrößen. Was hat das einmal auf sich? Na, das machen Hersteller gerne. Das hintere Rad kleiner, damit der Stauraum unter der Sitzbank größer wird. Wenn es jetzt auch ein 14 Rad soll, müsste man wieder den Stauraum ein bisschen verkleinern, deshalb 13 Zoll. Aber was macht es auf die Fahrdynamik aus? Naja, kleine Räder bedeuten Quirligkeit, sie bedeuten Wendigkeit. Da brauchst du weniger Kraft am Lenker, um den Roller in die Kurve zu bewegen. Und vor allem in der Stadt im engen Verkehr, da kommt dir das zugute. Da kannst du schön quillig durch die Autos durchpendeln und kommst schneller an ein Ziel. Ein krasses Gegenteil dazu ist hinter mir der Honda SH 125. Der hat vorne und hinten 16 Zoll Räder. Und wieso entscheidet man sich bei solchem Roller für 16 Zoll Räder? Naja, ganz einfach, größere Räder bedeuten mehr Stabilität. Sprich, du kannst mit solchen Rollern ein bisschen entspannter auf der Landstraße fahren. Du kannst auch kurze Autobahn-Etappen fahren. Denn durch diese erhöhte Radgröße hast du mehr Kreiselkräfte. Und mehr Kreiselkräfte bedeuten mehr Stabilität. Fawli, komm doch mal her. Willst du noch etwas zu diesem Thema loswerden? Unbedingt. Unbedingt, weil ich auch dir gar nicht widersprechen möchte. Aber eine Sache ist nun mal auch, die für die großen Radlns sprechen, wenn ich sehr schlechte Straßen habe. Und es gibt einige Hauptstädte, also nicht nur Hauptstädte, einige Städte in Österreich, in Deutschland und in der Schweiz, wo richtig mieser Asphalt ist, wo Schlaglöcher sind und da sind auch die großen Radln einfach viel angenehmer als so kleine Radln. Und andere Hersteller, muss man sagen, haben auch so wirklich Mini-Radln und da knallst du halt voll in die Schlaglöcher rein. Also wenn du mehr Komfort willst, dann nimmst du auf alle Fälle große Radln. Und wenn es da wurscht ist und du einfach eigentlich mehr Wert auf diese Wendigkeit legst, dann nimmst du kleine Radln. Und jetzt gehen wir rüber in das nächste Kapitel und das ist die Ausstattung bzw. vielleicht auch Sicherheitsfeatures, die du brauchst oder eben auch nicht. Ausstattung und Sicherheitsfeatures und ich beginne lieber mit den Sicherheitsfeatures, weil die in Wahrheit dann natürlich am Ende wichtiger sind, wenn die Situation brenzlig ist. Was haben wir auf Rollern? Nun, Pflicht ist mittlerweile, dass alle Hersteller entweder ein ABS oder ein kombiniertes Bremssystem anbieten oder in den Rollern halt haben. Das heißt, ABS ist schon klar, kann am Vorderrad und am Hinterrad sein. Beim PCX zum Beispiel, weil das ist ein Einstiegsholder, ist das ABS nur am Vorderrad. Ihr wisst was, das ist eine Anti-Blockierbremse. Das heißt, das Rad soll nicht blockieren. Es ist eine Stotterbremse, die eben hilft, dass man kein blockierendes Rad hat in brenzligen Situationen, wo man eigentlich vielleicht überbremsen würde und dann wegrutschen. Das heißt, das hilft euch. Ein kombiniertes Bremssystem verbindet das Vorderrad mit dem Hinterrad, also die Bremse des Vorderrads mit der Bremse des Hinterrads und hilft so auch, ein Blockieren der Räder zu verhindern. So, dann haben wir mal das ABS. Wir haben auf diesen Rollern sogar von Honda eine Traktionskontrolle. Warum, könnte man jetzt fragen, brauche ich auf einem 12,5 PS Roller eine Traktionskontrolle? Die wird ja nicht so viel Kraft haben, um da jetzt hinten wegzurutschen, weil das wird verhindert. Das Wegrutschen des Hinterrades wird durch die Traktionskontrolle verhindert. Aber gerade in der Stadt mit einem kleineren Roller, mit einem PCX, Straßenbahnschienen, Zebrastreifen. Es ist vielleicht nass. Das heißt, da kann jeder Gasstoß schon reichen und man rutscht weg. Und das verhindert eben die Traktionskontrolle auf beiden Rollern. Bei Honda eigentlich auf allen Rollern. Andere Hersteller machen das natürlich auch. Und eben das ABS. Und vielleicht noch ein Sicherheitsfeature, wenn es auch gar nicht so danach ausschaut. Wir haben LED-Scheinwerfer sowohl am PCX als auch auf dem Forza 350 und bei Honda, glaube ich, bei allen Modellen. Aha, jetzt hast du das eingeschaltet. Warum ist das ein Sicherheitsfeature? Weil ein LED-Scheinwerfer tatsächlich besser gesehen wird. Und ich glaube, heute hast du ein bisschen Erfahrung gemacht, dass du einen Roller gesehen hast, aber nur, weil er LED-Licht gehabt hat. Wir sind zwei Roller entgegengekommen. Einer mit Halogen-Scheinwerfer, einer mit LED-Scheinwerfer. Und ich habe mir zuerst gedacht, das fährt dann eben ein Fahrrad, weil mit so einem kleinen Lamperl oder sowas. Aber nein, das war wirklich ein Roller mit Halogen-Scheinwerfer, den ich neben dem LED kaum gesehen habe. Also wenn man da so wie bei Honda LED eingebaut hat, auch die beiden Roller haben LED-Blinker. Das macht halt schon sehr viel aus, um besser gesehen zu werden im Verkehr. Und ich glaube, da kann ich schon schön überleiten zur Ausstattung, weil ihr habt es gerade gesehen, wir haben einfach nur gedreht und die beiden Roller sind angegangen. Bei Honda haben alle Roller das Smart-Key-System. Sprich, es ist eine kleine Fernbedienung, die du einfach nur einstecken kannst in der Hosentasche. Und wenn du eine Reichweite bist vom Roller, dann erkennt er dich und dann kannst du ihn einfach mit einem Knopfdruck eigentlich starten. Hat Honda bei all seinen Rollern, aber haben auch andere Hersteller verbaut. Wenn man dann noch so hinschaut wie zu so Luxusmodellen wie der Forza-Reihe, haben wir beim 125er und beim 350er auch ein Ausstattungsfeature, das wirklich toll ist. Und lieber Fäule, würde ich dich bitten, zeig mal das sauber Kunststück her. Fantastisch. Also ich finde das richtig geil. Und da muss man schon sagen, da ist Honda eigentlich ein Vorreiter, weil in dieser Klasse, in der 350er-Klasse und vor allem bei den 125ern hat das eigentlich kein Hersteller. Andere haben es auch bei den Oberklasse-Dingern mit eben so um die 50 PS, das haben wir ja schon erwähnt, wo wir da sind, sind wir auch preislich viel höher. Aber der Forza 125 hat auch ein elektrisches. Das ist schon leuer. Und das ist eben auch, Entschuldigung, das ist eben auch ein Komfort-Feature. Auf dem PCX kannst du jetzt eigentlich nichts machen, außer dass du da irgendeine hässliche Scheibe noch vorne drauf gibst, um dann einen ordentlichen Windschutz zu haben. Und da kannst du es dir für die Stadt runterstellen und dann fährst über Land, bam, rauf damit. Geil. Was auch noch einige Roller haben, wie auch dieser PCX, ist eine Stadt-Stopp-Automatik. Die ist vor allem in der Stadt nützlich, wenn man dann zur Ampel kommt, dann steht man 1-2 Sekunden und der Motor geht aus. Es ist in der Regel ein recht umstrittenes System. Viele Leute mögen es, viele Leute mögen es nicht und fragen, ja, lohnt es sich wirklich für einen Verbrauch? Aber meine Meinung, ich weiß, du hast auch eine Meinung, die lasse ich dir gleich sprechen. Aber meine Meinung ist, mich stört es nicht, weil bei Hondas funktioniert das System wirklich einwandfrei. Und vor allem bei der Ampel steht man, man produziert nicht mehr Hitze, als sie schon in der Stadt ist. Man produziert keinen Lärm. Und sobald ich am Gas handrehe, fahre ich los. Und mich stört es nicht. Deswegen lasse ich es halt immer an, wie es bei dir fällt. Die Systeme sind halt auch schon so ausgeklügelt, dass das nicht auf die Batterie geht. Also viele sagen, das ist die Batterie gleich leer. Nein, das ist irgendwie im Generator, in der Lichtmaschine integriert, ist dann schon auf dem perfekten Punkt, wo wieder gestartet werden kann. Du drehst am Gasgriff und du hörst nicht einmal ein Startgeräusch und der fährt weg. Und der Verbrauch, also die Einsparung bei, ich glaube, 2,1 Liter soll dieser PCX auf 100 Kilometer verbrauchen. Das ist halt tatsächlich, und das hat der Oliver von Honda auch schon angesprochen, das ist echt ein Thema. Das verbraucht nicht viel, abgesehen davon, dass du halt auch schneller bist in der Stadt. Aber der Verbrauch, wie viel soll ich denn da durch ein Startstopp-System einsparen? Ja, das wird jetzt wahrscheinlich bei 100 Kilometer fast nichts sein. Aber auf die Lebensdauer des Rollers gerechnet, und so denke ich mir, macht es da noch Sinn, werden das schon ein paar Liter sein. Und die hast du gespart, sowohl von der Kohle als auch vom Verbrauch und hast da Umwelt geholfen. Traumhaft tolle. Fällt dir noch irgendwas ein mit Ausstattungsfeature, was wir noch nicht erwähnt haben? Weil wenn nicht, wer... Ja, es gibt natürlich auch bei vielen Rollern mittlerweile die Möglichkeit, für euch Jungen, aber auch für uns Alten, wichtig, USB-Stecker zum Laden von Handy, Navigerät, mittlerweile so ausgeklügelt, dass du es meistens in den Handschuhfächern schon hast, auch noch einen Stecker unter der Sitzbank. Du hast halt ein Gerät, ladst vorne eins, ladst hinten, kannst halt auch verbinden. Ja, perfekt. Ja gut, weil dann wären wir es eigentlich schon mit dem Roller-Thema durch gewesen. Aber wenn wir schon bei Honda Frankfurt hier sind und das ganze Thema Pendeln, Commuting bearbeiten, gibt es da noch so zwei Special Cases, zwei Spezialfälle, die wir euch kurz zeigen wollen? Ja, Howie, du sprichst von Spezialfällen. In Wahrheit ist eigentlich schon der Forza 750, der im Grunde genommen zwar schon ein regulärer Luxusroller ist, ein Spezialfall, weil er eben den Motor vorne hat. Meistens haben die Roller den Motor hinten als Triebsatzschwinge. Aber er hat auch ein DCT, ein Doppelkupplungsgetriebe und das hat er, weil er eben verwandt ist mit diesen beiden Spezialfällen. Wir haben nämlich auch einen Honda X80V, der Motor, Rahmen und dieses Doppelkupplungsgetriebe wie der Forza hat. Aber ihr seht schon, der ist mehr so auf Offroad gemacht. Und wir haben hier, warum steht in einem Roller-Video ein Motorrad, die NC750X, die nämlich auch Rahmen, Motor und Doppelkupplungsgetriebe, also so ein Automatikgetriebe, beziehungsweise ein Getriebe, das mit Automatikmodus gefahren werden kann. Und das hat dieses Motorrad auch drinnen, hat aber eben die Sitzposition und die Form eines klassischen Motorrades. Nur, warum erzähle ich euch jetzt nicht mehr darüber, beziehungsweise Howie, weil wir die beiden tatsächlich hier in Deutschland beim Honda Center in Frankfurt ausgefasst haben und einen Test damit gemacht haben. Also, wenn euch dieser Test dieser beiden Twitter oder, wie nennt man das, Hybride oder Crossover auch interessiert, dann schaut dieses Video bitte auch auf unserem YouTube-Channel, auf dem 1000PS-YouTube-Kanal. Ja, gebt uns bitte Bescheid, ob euch unser Roller-Beratungsvideo gefallen hat. Vielleicht fällt euch ja noch etwas ein, was ihr gerne erwähnt gehabt hättet, was wir vergessen haben, der liebe Howie und ich, obwohl ich glaube, dass wir euch mit all den Kriterien der Roller alles so weit und gut erklärt haben. Eben auch Leuten, die gar nichts bis jetzt am Hut gehabt haben mit dem Thema Roller. Ja, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Es verabschieden sich der Howie und der Faule mit einem ganz, ganz höflichen Tschüssi. 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 Tschüssi.